Genau, kommt nach bitte Du darfst dich retten Super, okay Du kannst wieder da hoch dich reparieren Und Ihr seid ja da Also warte mal Erstmal hier nochmal den Kontorplatten machen Kontorplatten machen Dann hier die Zweier Die können auf den Turm gehen Ich sag dir zu dir dahin So, da muss ich drauf achten Die 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, und dann würde ich doch mal... Ja, da komme ich dann wahrscheinlich nicht hin. So, aber mit euch würde ich, glaube ich, nochmal zurückfahren. So, einfach um euch nochmal zu reparieren. Der hier unten, der kann ruhig ein bisschen weiter zuppeln. So, dann würde ich hier mal speichern. Spielstand gespeichert. Und euch wollte ich ja auch noch übersetzen, eigentlich. Ähm, was ist deine Route? Ach so, ja, du gehst nach Hause. So, äh, ja, wo bin ich denn? Da bin ich. Da wollte ich doch gucken. Dass wir den Konto platt machen. Und platt halten. Da oben haben wir nur ein ganz normales Fußvolk. Das hat mich eigentlich nicht groß interessiert. Da. Okay, ich denke, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Und auf Wiedersehen. So, hallo. Und damit herzlich zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno1602. Wir hatten ja gerade unsere kleine Flotte zurückgeschickt. Zur Reparatur. Und dann ist ja irgendwann mal wieder unser Spiel abgeschmiert. Gesichert. Nachdem ich wieder ganz viele tolle Sachen gemacht hatte, natürlich. Von denen ich wieder allen gar nicht weiß, was das jetzt genau im Einzelnen war. So, ich wollte mir reparieren. Und hier wollen wir ein Schiff bauen. So, äh, da unten übrigens, ja. Ihr, ihr seid die Steuerung 1. Und ihr, ihr seid die Steuerung 3. So. Und für die anderen, für den anderen Bereich, brauche ich ja definitiv wieder Soldaten. Deswegen... Freibeuter lauern euch auf! Dann gehst du bitte auch mal hierher. So, und ihr alle. Ihr seid jetzt 1, 2, 3, 4. Ihr seid Steuerung 2. So, und ihr 3. Gut, also. Dann gehen wir hier unten nochmal diesen Kontor zerstören. Er ist bei 425. So, wir speichern wieder. Gesichert. Wunderbar. Schön. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Oh. Meine Kosten explodieren gerade ein bisschen. Da fällt mir ein, ich könnte hier oben die Kaserne eigentlich wegmachen. Die und... Wieso habe ich 2 Kaserne? Okay. Was braucht der? 3 Schwerter. Brauche ich nicht. 4 Musketen. Brauche ich nicht. 2 Kanonen. Also komm, den kann man bauen. Und was braucht der? Soldaten sind ausgebildet. Schiffe feuern auf eure Siedlung. Ja, darf er. Das ist mir so egal. Das ist mir so egal. Feindliche Schiffe attackieren eure Niederlassung. Schiffsreparatur beendet. Wunderbar. Dann kannst du hier weg. Und dann würde ich jetzt mal zu dir sagen. Du musst dich auf jeden Fall reparieren lassen. Genau so. 15. 415. Alles klar. Volle Breitseite. So und da unten. Der Turm ist zerstört. Dieses Schiff. Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht auch dieses Piratennest auslösche. Aber ich denke, in der nächsten Mission kommt endlich die Piratenplage. Und dann müsste ich die aussmerzen. So. Gut. Ähm. Irgendwo war das noch das Schiff. Von mir. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Eine Einheit wurde ausgebildet. Soldaten sind ausgebildet. So. Und hier könnte ich in der Theorie auch noch einen Kanonierbaum. Einfach damit die Kanone verbraucht ist. So. Dann kann der hier dahin. Da sind halt noch zwei Musketen. Habe ich eigentlich noch Musketen auf Lager? Ja. Das heißt, ein Musketier könnte ich auch noch bauen. So. Und ihr hier. So. Spielstand gespeichert. So. 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 So, und du kannst auch mal hier bleiben. Weil du gehst dich dann auch reparieren. Genau. Wenn du fertig bist, wirst du repariert. Ach, ja, so, wir speichern nochmal. Ich speichere jetzt einfach jeglichen Fortschritt. Neue Einheiten sind bereit. Schiffsreparatur beendet. Wunderbar. So, dann kannst du repariert werden und du kannst wieder auf die große Reise gehen. Soldaten sind ausgebildet. Okay. Da kann ich noch zwei bauen. Äh, nein, Tonne, Tonne. Äh, hier wollte ich eins, zwei bauen. Genau. Der ist leer. Und da kann ich dann auch noch einen bauen. Genau. So. Und der hier, der kann dann auch da hin. Ein Schiff wurde repariert. Wunderbar. Dann kannst du wieder auf deine große Reise gehen. Und dann kann hier das nächste Schiff... Große Reise bitte. Dankeschön. So, reparieren. Und du kannst da hin. Schön. Kontor. Kontor. Neue Einheiten sind bereit. So. Gesichert. Speichern. Vielleicht sollte ich wirklich so Musketiere bauen, oder? Was war denn das hier für eine dämliche Aktion eigentlich? Wann ist denn das passiert? So. Schön. Das heißt, die Kasanne, die kann ich dann auch abreißen. Da, 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 da. Und ich bin schön in den Miesen. Soldaten sind ausgebildet. Ausgezeichnet. Und dann auf die eine Tonne pfeife ich halt. Neue Soldaten sind verfügbar. So, dann kann der da hin. Und dann kann ich die Kaserne eigentlich abreißen. So. Warum wir da zwei Kasernen gebaut haben, habe ich eh noch nie verstanden. Aber okay, so ist es halt. Eigentlich kann ich die andere auch abreißen. Eigentlich kann ich die Kaserne hier unten eigentlich auch abreißen. Ein Schiff wurde repariert. Wunderbar. Dann reparieren wir dich. Und das nächste Schiff ist auch bald fertig. Neue Einheiten sind bereits. Da, 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 da. Zwei. Drei. Ein Schiff wurde repariert. Vier. Und fünf. Ja, wunderbar. So, ein Schiff wurde repariert. Dann müssen wir das reparieren. Und dich können wir nehmen und da unten hinschippen. So. Und das neue Schiff ist auch bald da. Wunderbar. Da, 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 da. Kanonier und kanonieren. Eine Einheit wurde ausgebildet. Sehr schön. So, und dann können wir eigentlich die Kaserne hier auch abreißen. Braucht eigentlich niemand. Da, 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 da. Ein Schiff wurde repariert. So. Das sind alles die Zweier. Und irgendwo ist ja unser Schiff noch rumgegeistert, das, ähm, die lustige Ladung hatte. So, dieses Werkzeug und so. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Perfekt. Damit ist unsere Zweiergruppe wieder fertig. Ähm. Dann laden wir noch ein paar Kanonen auf. Zack, zack. Und schmeißen den Rest wieder zurück. Und düsen da runter. Hm, 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 hm. So, das ist dann auch Steuerung 2. Und dann müsste ich halt mal wirklich gucken. So, ich glaube, ich muss mal meine Schiffe durchblättern. Weil ich... Das ist... Ja, das ist da. Mephisto. Der, der. Claudia. Flying Willy. Rainbow. Da ist es. Stimmt. Da wollte ich ja die Ressourcen weiterreichen. So. Und dann hier vielleicht auch noch? Gibt's hier oben noch? Oh, ja, da oben gibt's ja auch noch Ressourcen. Ressourcis. Ressourcilinis. Wunderbar. Okay. Okay. Und dann hier. Untertitelung des ZDF, 2020